Heute Abend waren wir in Rönhild bei einer mega, mega alten Party in Rönhild. Und nächste Woche sind wir in Brome am Samstag. Das ist in Niedersachsen. Und Samstag sind wir in Gergel. In Gergel. Und da sind wir uns wieder. Und vielleicht auch einige von heute Abend. Und erfrüßt euch alle nochmal aus dem Internet. Tschüss. Tschüss. Ja. Alles gut.